Habt ihr schon mal was von Localbox gehört? Wenn nicht, dann solltet ihr jetzt unbedingt dranbleiben. Neben mir sitzt Sarah und Steffi von Localbox. Schön, dass ihr heute da seid. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Vielleicht könnt ihr mir ganz kurz erklären, was ist denn Localbox überhaupt? Ich würde schon gerade anfangen. Die Localbox ist eine Box gefüllt mit Produkten hier aus der Region. Und zwar individuell zusammenstellbar. Vor allem an Unternehmen gerichtet. Das heißt, Unternehmen kommen auf uns zu und sagen, wir brauchen ein Geschenk für Mitarbeiter, für Kunden oder für Partner. Und können sich dann aus unserer riesigen Produktpalette eben ihre Wunschprodukte aussuchen. Wir packen die zusammen in eine Box und branden die auf Wunsch dann auch mit dem Unternehmensdesign. Was sind das so für Geschenke, die man da zusammenstellen kann? Also hauptsächlich sind es natürlich essbare Produkte hier von der Region, zum Beispiel Nudeln oder Honig oder Marmeladen oder Chutneys, Soßen, Senf. Viel Wein gibt es natürlich im Angebot hier. Sekt, also die ganze Bandbreite, die es eben hier gibt in der Region, die ja sehr, sehr vielfältig ist und eben ganz viele tolle Produkte eben herausbringt. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Also die Idee in Stand 2020. Ich selber bin Musikerin und spiele in Bands und dann kam die Pandemie und nach zwei Wochen waren praktisch alle Auftritte weg. Und da haben wir uns überlegt, wie könnten wir uns selber helfen, auch anderen. Und haben uns dann überlegt, wir machen eine CD mit regionalen Musikern und verkaufen die. Und dann haben wir uns in einem Kaffee getroffen und haben dann gedacht, okay, wir müssen, wir fragen einfach Selbstvermarkter und kleine Produzenten. Und dann packen wir einfach eine Box, verkaufen die und so ist eigentlich allen mitgeholfen. Also praktisch uns und ganz vielen anderen, die es in der Pandemie auch nicht so gut ging. Und so entstand die Local Box, genau. Was ist euch bei der Local Box, gerade auch bei den Produkten, die dann drin sind, besonders wichtig? Auf was achtet ihr? Also auf jeden Fall, dass sie regional produziert werden, dass sie selber gemacht sind und dass sie von hier kommen. Oder einfach, ja, dass sie vom großen Umkreis hier sind, aber auf jeden Fall, dass sie nicht irgendwo eingekauft werden, sondern dass sie selber gemacht sind. Da ist ja regional ein großes Thema. Wie definiert ihr regional für euch? Region, also gestartet sind wir in Oeringen. Also das war erstmal unsere Ausgangsbasis. Wir hatten erstmal nur Anbieter aus der Region, direkt Oeringen, sag ich mal, und die kleinen umliegenden Ortschaften. Und haben jetzt aber in diesem Jahr und auch schon eigentlich im letzten Jahr angefangen, das Ganze auszuweiten. Haben Produkte aus Künzelsau, haben Produkte, sagen wir mal, Richtung Heilbronn, jetzt so ein bisschen, ja, Obersulm, die Ecke. Und halt auch jetzt, zum Glück auch aus Schwibisch Hall, neu mit im Programm Produkte, genau. Du hast ja gerade schon erzählt, du bist Musikerin eigentlich. Was machst du noch so? Eigentlich nichts mehr inzwischen. Also ich habe tatsächlich meinen Job gekündigt. Ich komme eigentlich aus dem Marketing und habe da in verschiedenen Positionen über die Jahre gearbeitet, habe auch viel Eventmanagement gemacht. Und ja, letztes Jahr, nachdem es so gut lief, haben wir beide gesagt, okay, wir müssen in unseren normalen Jobs einfach zurücktreten. Wir kriegen das anders nicht mehr hin. Und ich habe dann gekündigt und seit letztem Jahr mache ich nur noch die Localbox. Cool. Ihr habt in Oeringen gestartet, jetzt auch hier in Schwäbisch Hall und so weiter. Was bedeutet die Region für euch? Wir leben hier einfach und wir möchten einfach auch die Menschen, die hier sind, auch unterstützen und supporten. In dem, dass wir die Produkte von denen kaufen. Und ich denke, das tut uns allen gut. Also wenn wir diese kleinen Läden nicht mehr haben oder diese Produzenten, das ist auch für unsere Region nicht gut. Und deswegen finden wir das ganz wichtig, das zu unterstützen und auch regional einzukaufen und eben nicht Warenkorb und von irgendwo her schiebern lassen. Genau. Und das Schöne ist natürlich, dass die Unternehmen das inzwischen auch erkennen, also dass sie sagen, wenn sie ihren Kunden oder Mitarbeitern was schenken, dann möchten sie nicht ein Produkt von irgendwo her, sondern sie möchten tatsächlich die Region hier unterstützen und möchten, dass das Geld einfach in der Region bleibt und direkt beim Hersteller eben ankommt. Was wirklich ein super Hintergedanke auch für die Region hier ist, ganz klar. Wenn man jetzt so ein Paket bei euch kaufen möchte oder sich darüber informieren möchte, wo kann man das tun? Am besten auf unsere Website, die www.localbox.de gehen und dort kann man entweder uns anschreiben über ein Kontaktformular oder demnächst haben wir auch einen Konfigurator, wo man sich eben die Boxen dann auch gleich individuell zusammenstellen kann und eben auch gleich direkt bestellen kann. Also solltet ihr euren Arbeitgeber jetzt eine tolle Idee vorschlagen wollen, wie er euch was Gutes tun kann, dann schickt ihm am besten mal die Seite zu. Danke, dass ihr da wart. Dankeschön. Und wenn ihr ein regionales Produkt habt, das essbar oder nicht essbar ist, dann meldet euch gern bei uns. Danke fürs Zuschauen. Das war unser Video. Wir freuen uns, wenn ihr teilt, liked, kommentiert und natürlich auch uns abonniert. Bis zum nächsten Mal.